Ich bin natürlich aufgegangen, das war klar, aber das war's dir jetzt wert. Manchmal auch die Schüsse raus. Ja, das war klar, deswegen habe ich mich nämlich bewegt. Ich bin nicht aufgegangen, okay. Ist doch ein M6, das frage ich mich auch. Was soll der machen? Schade. Ja, unser KV-2, das seht ihr nicht rushen da, die haben alle Schüsse sich diese Schelle reinzufangen. Ja, der CS. Ja, ich wollte eigentlich die Fahrt zurück machen und nicht vielen Dank, aber gut. Ich meine, ich glaube, du musst da jetzt noch nicht viel machen, aber... Ich glaube, der wird sich zurückziehen jetzt. Ich schieße auch schon auf den, aber ich komme da halt nicht rein. Ich habe da noch mal blind eine reingepfeffert, aber der wird sich zurückgezogen. Da ist er ja noch. Oh, das gibt es nicht. Schade. Weißt du, so eine Schüssel mit Lighttanks oder Mediums oder was auch immer das war. Ja, super Chef, wie der da hochfährt, den treffe ich im Snap. So ein C44, den ich anvisieren muss. Och, den schieße ich jetzt zweimal daneben und dann pralle ich ab. Seidlich. Ja, aber der ist tot. Sehr gut. Ich habe bis jetzt fast noch gar nichts gemacht. Hätte ich mich nicht bewegt, dann hätte ich die nicht reinbekommen, Michelle. Ja gut, das ist dann natürlich ein bisschen ärgerlich. Das war super unlucky. Wenn die Super Hellcat gleich nochmal vorkommt, dann pralle ich doch nochmal ganz an der Seite ab, ja. Das ist der T29 jetzt halt wieder hier pushen darf. Ich bin einfach in der Super Hellcat seitlich abgeprallt, wo der wohl reingehen. Irgendwo, da muss ja noch der Achilles sein. Ah. Warum habe ich da keinen gehaltenen Schuss? Ein Skorpion ist ja auch noch irgendwo. Ach du Scheiße. Ich kann hier jetzt gerade nichts machen. Ich kann das jetzt nur abwarten. Ich habe hier halt einen wütenden 7er Heavy Tank. Der mehr HP hat als ich. Der mich one-shottet, während ich ihn nicht one-shotte. Was war das denn? Was hat er sich da bei denen gerade gedacht? Nix. Er dachte, ich drehe mich nicht schnell genug. Ich renne mal vor dem T29 davon. Ähm. Ich fall gleich zurück, wenn ich zu bin erstmal. Meinst du, er hat gedacht dabei? Nein. Also nicht genug. Würde ich mal behaupten. Darf ich mich neben dich stellen? Ja, mach mal. Könnte so jetzt irgendwie zu... okay gut. So, Schere ist an in... jetzt. Der Skorpion ist... Kann er... Der Skorpion ist nicht mehr. Hat ein Skorpion gefunden. Ich brauche Hilfe auf den Skorpion. Ja, bin drauf. Ich aame noch. Steht. T29 hat daneben gerade verschossen. Ich bin mal weit hinterm Busch. Der hat mich nicht gefunden. Ja, mach den mal weg. T29 hat das zweite Mal mir... ist ein zweiter Mal mir gebaunst. Ui. Scheiße. Ist ja jetzt wieder zugegangen. Der T29 Multi. Okay. Unsere Arti müsste jetzt halt einfach nur splashen. Unsere Arti müsste nur... Nice. Nice. Geht doch. Tja. Ja, ja, langsam. Auf die T29 ausrichten. Ich geh den kurz... Ich geh den zu bauen. Ist ja schon. Ne, das hat mich gerade nur aufgeregt, dass der Schuss da gerade daneben ging. War jetzt zwar keine so pralle Runde für mich, aber... Gewonnen ist gewonnen. Geh, geh. Das war die goldene Karte? Die gibt's nicht mehr. Achso. Die habe ich auch gelöst. Ein Stier. Für mich hat das keine gute Runde. Ein Winnie. Oh. Crackle Hit. Wie der OE fast tot ist bald. Ich hab ihn mal gekettet. Das war sehr gut. Ne, der OE wird sterben. Hi. Tschüss. Mein Pro Gamer YouTube. T-Y-P. Roblox. Das ist nun ein Dämonenjäger. Vielen Dank fürs Abonnieren auf YouTube. Auch wenn ihr das jetzt nicht siehst. Yeah. Und danke auch an Top Bondioli. Bis abonnieren. Auf YouTube. Boah. Ja, Bio geb ich dir recht. Johnny ist auf jeden Fall bei RT. Sehr schön. Bei RT und TD ist auf jeden Fall besser aufgehoben als bei solchen Panzern wie Leo BTA grundsätzlich. Der T25AT möchte, dass ich zurückfahre. Oh, ich hab einen Super Hellcat gefunden. Eine andere meine ich. Ja, ich hab mit einem gegnerischen, APCR spammenden Bot Light Tank mal aus dem Leben getreten. Da achten sie sich. Oh, ich bin ein Premium-Tank. Ich kann APCR spammen. Ich komm. Du Super Hellcat. Also ich sag dir das jetzt echt ungern. Aber da kommt noch einer von hinten. Mehr Panzer als ich. Da ist noch mehr. Ich muss woanders rumfahren. Da kann ich nicht lang. Da steht eine AE8 und ein Stier WT noch. Okay. Okay. Ähm. Wie hast du dir das vorgestellt? Ja. Den Schuss baiten und dann fahren. Gut. Wow. Das war mir so klar, dass das passiert. Schade. Shit. Ja, das war der Steier. Und die RT natürlich. Ich hab keinen Gunner mehr. Ja, ist fern Balance übrigens. 200 Damage von der RT zu kassieren. Die Super Hellcat denkt sich, sie kommt jetzt anders rum. Komm mal rum. Komm mal rum Chef. Komm mal rum. Ja, komm mal rum. Komm weiter. 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 Nicht zurück. Weiter. Vor. Ich will auch Multi. Vor. Nicht zurück. Jetzt ist mir so ein Hater vor meinem Schütz. Weiter. Vor. Hey. Ham ham. Oh, der R8 steht seitlich. Hallo. Crackle hit. So, wo ist der stehen? Irgendwo steht dahinter noch der Steier. Oh, da ist er schon weggefahren. Mal gucken, ob unser T78 den spottet. Beides möglich. Oh, der ist wohl weggefahren. Ne, ist er nicht. Ne, der ist immer noch da. Mann, hat der einen Tarnwert. Ja, ja. Der hat da hinten auch 5.000 Büsche. Johnny, wie sieht es eigentlich aus? So ein 300er Hit, 400er Hit auf den Steier? Wurde schon gehen, ne? Also, ich habe schon mal angefangen. Ich habe gerade einen anderen rausgenommen. Ah, ich habe daneben geschossen. Ich hatte gerade den Jagdpanzer 4 rausgenommen. Ach, wie ist hinter dem Berg? Schade. Tja, die andere dann wohl auch. Na, vielleicht ist die auch in der Dip vorne drin. Na, 1300 Damage. Schade. Na, komm mal, da oben isst du doch. Alter, wie die alle draufschießen. Ja, gut. Ich gucke da nicht drum rum, ne? Wollte ja alle noch Damage haben. Multi ist am naschen. Ja, das dachte ich mir auch gern. So war der Super Hellcat. Ja, das war für meinen Geschmack schon wieder zu schnell um. Ein bisschen. Naja, die Artie ist natürlich die, wirklich die einzige, die wirklich sehr stark von, von, so, 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 äh, Campergefechten profitiert. Ja. Und vielleicht höchstens auch TDs. Ich habe jetzt nur 640 Schaden gemacht. Das ist dann eine Oskin-Medaille. Wobei, da ist ja gar nicht viel dabei. Oh, 165 Standard und 192 APCR. Oh, ich habe schon TD gefunden. Shit. Ja. D&D natürlich keiner. Also da kann wirklich nicht... Hat doch keiner draufschießen. Johnny eventuell schon. Aber ich glaube, Johnny ist noch nicht ready. Doch, aber... Johnny hat den Hotchkiss im Sinn, ja. Ich habe den knapp verfehlt. Ja, ist vielleicht auch ganz gut so, wenn du den in meinem Sinn hast. Weil der... Der ist so einer, der mich, mich so ein bisschen stört hier. Ja, war... war nicht. Er muss auch unbedingt durch, ne. Hallo. Ratjochen, komm schon. Ratjochen in den Lave. Der ist doch von Meilat. Ja. Da ist der Time. Ich treffe ihn nicht und er trifft mich. Das war klar. Mein Schuss ging gerade zweimal daneben auf dem... ähm... Ratjochen. Stehenden Ratjochen. Ist gut. Alter, kann ich den nochmal tot machen? Danke. Okay, ich drehe mal um. Guck mal, dass ich den EKF da mit raus snippe. Äh... Ich fand geklautert. Naja, geklautert würde ich das nicht nennen. Du wurdest gespottet und dann von der gegnerischen Artie zerstört. Uff. Der ist noch zur Einung. Dreh deinen Ton. Tschüss. 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 Just for the lols. Aufgeschissen. Hauptsache die Art ist still. Der Lansen. Der Lansen. Propansen. Na, lass uns mal den... ...LTG machen. Na, der ist ja eh... ...one shot. Na. Na, für dich nicht. Für ihn. Muss sowas schießen. Wow. 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 Gut Job, Multim. Ich bin doch über diesen scheiß Hügel gefahren. Gut Job, Multim. Wie kann man da fallen? Ich bin über diese kleine Kante gefahren. What the fuck? Ich lade jetzt 18,7 Sekunden nach. Ui. Das ist eine ganze Sekunde schneller als ich. Aber du hast das Ding drauf, ne? Special Equip, oder? Ich habe eine bessere Lüftung hier drin. Ah. Ah, jetzt ist das Problem irgendwie mit der Suda. Mh. Shit. Ja, doch ist... Nice. Wo ist denn der Tiger? Der lässt sich auch Zeit da. Der ist doch schneller eigentlich. Hast du Gott den KV1 penetriert? Nice. Ja, Medaille. Hahaha. Ich bin ein fairer Pellister-Fan-Tank. Hahaha. Hallo. Hahaha. Oh Mann. Erstmal, um es mal kurz zusammen zu fassen. Wir haben gerade beide... ...nen... ...nen... ...sechster... ...nen 5er... ...nen 5er Heavy Tank einfach gewonnen. Also gewonnen. Schade. Wir clase. SchEcke. Ja, geht damit zu bringen. Schicksal. Gehen das letterieren. Wir Balanceen.